Der Sonax Pflegeratgeber Sonax Xtreme Polish & Vax 3 ist eine kraftvolle Politur für matte, verwitterte und ungepflegte Lacke. Die Politur wird einfach mit dem Sonax Applikationsschwamm in kreisenden Bewegungen auf den gereinigten Lack aufgetragen. Extrem feines Aluminiumoxidpulver beseitigt leichte Verkratzung, trägt verwitterte Lackschichten ab und glättet den Lack. Anschließend mit den Sonax Mikrofasertüchern nachwischen. Das Ergebnis spiegelnder Tiefenglanz, intensive Farbaufrischung und eine Grundkonservierung durch die innovative HybridNet Protection Technology. Der Lack erhält so einen bisher nicht erreichten brillanten Tiefenglanz kombiniert mit einem bemerkenswerten Wasserabperleffekt. Dazu wurden spezielle organische Substanzen mit anorganischen Komponenten zu einem stabilen, witterungsbeständigen Netzwerk verknüpft, das die Farbe des polierten Lackes optimal zur Geltung bringt. Sonax Xtreme Polish & Vax 3 kann auch mit einer Poliermaschine verarbeitet werden. Für einen dauerhaften Schutz und einen länger anhaltenden Glanz empfiehlt Sonax eine anschließende Versiegelung mit Sonax Xtreme Brilliant Wax 1 oder Sonax Xtreme Protect and Shine. Der Sonax Pflegeratgeber Sonax Xtreme Sonax Xtreme Sonax Xtreme